Oh! Böses Zombie. Ach, das sind zwei! Gewesen. Oh, jetzt Weller. Jetzt wusste ich. Bring it on. Ich bin bereit. So. Das Level darf ich dann wohl als abgehakt betrachten. Ich bin bereit. 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 Blöd. Okay, die, die. ähm Sonnenpilze, falls was schief geht die sowieso ähm ja und dann rüste ich mal Richtung Duplinatoren auf der Rass ist mir irgendwie dann gleich zu klein das ist auch blöd äh ne ich geh direkt auf die Richtung Melone das und das ne 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 los geht's und und bis Ich glaube, ich entferne dann einfach mal hier den mittleren schon. Dann sollte das so ungefähr hinhauen. Dann habe ich ja gar nicht mehr gedacht... Blöd! Stahel, da Stahel. Ich bin schon mal weg. Damit wäre das hier hinten geklärt. So, dass da vorne geklärt werden. Zur Noten Riesenpilz hätte ich auch. Riesenpilz, genau. Nein, Magnetpilz. Okay. Zombies können kommen. Sache ist erledigt. Oh, da ist schon der erste Butler. Wie süß. Schafft einer das alleine? Nein. Spitze. Gut zu wissen. Okay, das Level muss ich jetzt so überstehen. Ah, verdammt. Der kam. Zu früh. Gut. Ich weiß das auch. Ne. Ah, komm. Zwei auf einmal. Drei auf einmal. Das ist wirklich fies. Oh, vier. Ich glaube, die haben nichts anderes zu tun, als hier die Stachelkraut kaputt zu kloppen. So, falls es schiefgehen sollte, hätte ich dann eine Idee, was man machen kann. Fällt mir gerade so ein? Denn es lässt sich ja so ungefähr jede Pflanze hier upgraden. Da gehe ich gleich einfach kurz in den Laden. Guck mal, wie viel die kostet und ich spar da eben drauf hin. So, hau raus hier. Mhhh. Laden. 7500. Verdammt, da fehlt ein bisschen was. Okay. Kein Butler mehr, okay. Das ist super. Dafür die. Das heißt, ich muss... Ah, wo sind... So, ein Pils. Da. Das. 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 Das eher. Weniger. Die. In jedem Falle. Die sowieso, weil der sonst. Die und dann so ein paar Selbstmord-Einheiten. Sollte ich ihn hauen. Hm, ne die setze ich erst wenn es soweit ist. Ist vielleicht besser. So, dann kann ich da noch schön Sonnen sammeln. Ne, funktioniert noch nicht mal schade. Ich hab gedacht, man kann einfach so, wie so Medipack das benutzen. Geht ja bei dem, aber dann müssten die wohl gleich groß sein. Schade. Dass man die einfach drüber pflanzt. Na, lass den Magritte zuvor. Fui. Das sieht so schön aus, wenn die da einmal so... Boah, boah, boah. Das sieht so schön aus, wenn die da einmal so... Schade, dass ich den Code noch nicht eingehen kann. Weil mein... Weil ich keinen überhaupt mehr Weisheit hab, der groß genug ist. Aber gut. Man kann nicht alles haben. So, jetzt wird's lustig. Wo kommt der Erste, der Matsch sein will? Doch, das sind sogar zwei. Ey, wie praktisch. Komm her. Was? Wieso bist du noch da? Was soll das? Das ist gemein. Stopp. Mann, Mann, Mann. So. Boah, noch so einer. Kommt der überhaupt weit genug? Nö, okay. Und die wollen wir also keinen Kopf mehr machen. Aus welchem komischen Grund habe ich jetzt nochmal nichts, äh... So technisches wie so, so, so... Stachelkraut. Das wäre gerade mal interessant zu wissen. Die sind schon explodiert, aber da ist noch einer. Ja. Der ist jetzt auch weg. Mein Gott. Der ist noch einer. Ach, wie nett. Klappt das? Nö. Irgendwie nicht. Ich bin jetzt der Eispilz wieder da. Ach, wie nett. Putt, 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 putt. Und stopp. Jetzt wird aufgerüstet. So. Sechs Flangen überlebt. Okay. Hm. Was haben wir eigentlich noch hier? Nö. 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 Ja. So. Die Stinkmorchel. Nämlich. Und so. Okay, wir haben noch so einen. Ich brauche das. 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 Und das. Äh. Zusätzlich das. Den Grabfresser. Und das müsste es gewesen sein. So. Selbstmordeinheit. Falls was schief geht. Los geht's. Pflanzen. So. Und zwar. Um das ganz kurz zu erklären. Die Stinkmorchel ist ein Upgrade für den hier. Und dann sieht die so aus. Und die schießt in alle zwei, vier, sechs, acht, acht Stunden gleichseitig. Muss aber, ist aber eine Melee. Das heißt, Nahkampf. Also. Hat einen Nachteil, aber das ist egal. Das ist die Wert. Das macht die mehr als ums hundertfache wieder wett. Blöpp, blöpp, blöpp. Es gibt da so wunderschöne Geldfarbenmethoden. Die ich später vorstellen kann. Wenn ihr das möchtet. Ich finde das so süß, wie die. Hopp. Wie so die Luft anhalten muss. Süß. Okay. Hier ist noch ein Stachelstein fertig. Ich denke mal, es reicht, wenn ich die erste Reihe davon vollpflanze. Hehehe, das hättest du so gerne, wa? Halt, stopp. Ich will Übersicht. Meine Übersicht in diesem Spiel ist sowieso sowas für'n Arsch. Gut. Ähm. Den Pilz löschen dafür eine Sonnenblume rein. Irgendwie kommt's mir grad vor, als wär's Tag. Ich weiß auch nicht. Da stehen so viele Sonnenblume. Hehehe. Ganz so viele noch nicht, aber bald. Stinkmeuchel. Oh, das war schon die erste Runde. Cool. Nächste Runde. Los, los, los. Jetzt wird's lustig. Jetzt wird's sowas von lustig. Vor allem, wenn man nichts sieht. Okay. Das ist kaputt. Kein Problem. Was soll's. Einmal. Hier. Rotterste Reihe. Einmal leer gemacht. Ich hoffe, da steht was. Es ist schön. Zweite Verteidigungslinie wird auch schon aufgebaut. Alles gut. Tausend. Thwünfernd. Stinkmeuche. Vöx. Z. Anders gesagt. Einfach mehr Schaden an der Front. Und Stopp. Ich probier die Öffne.